Okay, ja, ich glaube, das sind schon fünf Enden oder sechs. Attempt 5. Was hat's mit dem Marker auf sich? I belonging to Trish. Hey, buddy, any chance you got some, um, toilet paper? Cause this shit is empty over here, buddy. Oh, yes. Is that what it is? Okay, guys. Don't leave. Hmm, too bad I can't read. Make him leave. Okay. How is this? Ja, das war's. Okay, die Uhr funktioniert nun nicht. Und Dosen funktionieren aber auch nur bestimmte. Oder komischerweise jetzt gar keine mehr. Chapter 2 went. Chapter 2 went. Ich weiss nicht, was das bringen soll, was ich hier gerade mache, aber gut. Die Uhr ist weg. Das ist auch egal. Hier steht sonst nichts mehr. Darüber schauen kann ich auch nicht. Kill him. So, make him leave and kill him. So, do you have something for me? Thanks. Do you have something for me? Thanks. Kill yourself. Okay, irgendwann kommt wahrscheinlich der Kraken. Einfach so, wenn ich wahrscheinlich zu viel unnötigen Shit mache. Attempt 6. Okay. Vergis. Okay. Oh. Okay. Ist das euch eigentlich weinen? Don't leave. Too bad I can't read. Ja. Stay watching. Make more than chapter 2. Make him leave. Wie kann ich denn Ina zu bringen zu leaveen? Wieso geht die Kamera eigentlich immer kaputt? Wieso? 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 Das muss man mit der Kamera machen. Das ist klar. Kill him. Wieso? 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 Das hat nichts gebracht. Und das ist der einzige Event der aufging. Who fixed it? Was können wir denn sonst noch machen? Wieso? 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 Ich glaube ich habe das spiegeliert. Wieso? 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 Wpendet man. Wieso? Könnte man noch ein bisschen verschiedene Tasten durch probieren ob irgendwo was passiert. Who fixed it? Was hat es mit diesen Dosen auf sich? Chapter 1 Ist ja eigentlich mittlerweile jetzt klar Kann ich ihn dazu bringen zu liefern, wenn ich ihm kein Toilet Paper gebe? Was ist das? Was ist das? Um, is that what I think it is? Thanks. Make him lief, but who? Why bring him that to lief? Wind. So weit bin ich ja jetzt auch schon gekommen, aber wie geht's nachher weiter? Weiß nicht. Kill him. Bringt das was? Ne, natürlich nicht. Also, logischerweise müsste ich ihn ja umbringen. Weiß nicht. Was ist das? Okay. 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 Er hat was gesagt von der Wand in die Luft jagen. Vielleicht hier, wo die Tür ist? Könnte sein. Was ist das, wenn ich ihm gar nichts gebe? Okay. 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 M9. I belong into the trash. Okay. 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 Let's see. Mal schauen, welche Wand er meint. gut. Don't leave. Don't leave. Is it eh zu spät? Können wir nicht mehr? Gut. Okay. Oh. Oh. That's just a bad writing. Stay watching. Morgene. Yout wiribaz ist nochmal da. Ganz fest. Eine Bierüge. Kale him Welche Wand? Dort wo der Wind ist oder hier an der Tür? Ok. Just pretend that there is a hole and enter the void. Äh. Hä? Ja, kinda safe. Was? Hä? Es kann irgendwie nichts enden von eins von zwölf oder so. Made with Unreal Engine 4. End of demo. To be continued. Ok. Crazy Spiel. Ok. Es hat sich gerade geschlossen von selbst. Gut. Ähm. Somit würde ich sagen war es das mit der Demo von Twilight Chronicles. Es ist ein interessantes Spiel. Ich dachte nicht, dass es so gut ist. Von daher würde ich das sicherlich auch kaufen. Das steht fest. Kommt auf die Wishlist. Alle weiteren Infos wie immer in der Videobeschreibung. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal wieder. Bei einer weiteren Demo. Haut rein. Und vergesst nicht zu spülen. Tschüss. 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 Aber dann dann wird da in sod это Club Papier gefangen. Ja.